Heute werde ich einfach Silvester nicht feiern. Na ja, das war's! Oh, das ist meine Höhe, das war's! Wird Nacht. Ich bin gerade aufgewacht. Alles auf die Füße. Oh! Wir haben heute den 31. Dezember. Heute ist Silvester. Ich schlag gerade die Sächsische Schweiz. Und heute werde ich einfach Silvester nicht feiern. Ich werde vor nur noch schlafen gehen. Und... Vielleicht wache ich in 2023 auf. Wisst ihr, weil wenn ich Silvester nicht feiere, kann ich auch nicht im neuen Jahr sein. Digga, fahr schon wieder mit Handbremse? Hm. Ich will auch nicht im alten Jahr fest sein. Ich bin ja bereit für das nächste Jahr, aber ich finde das einfach nur interessant, weil wisst ihr, man hat ja immer so viel Stress und Druck, wegen Silvester zu feiern und was man da macht und so. Und wenn ich einfach schlafe, dann existiert das alles nicht. Und dann wache ich einfach auf und dann... Mich hat es einfach übel interessiert. Und damit dieser innere Frieden auch ein bisschen zu mir kommt, Ich bin halt die Sächsische Schweiz gefahren, weil das ist so die schönste Natur in Sachsen. Ich freue mich einfach wieder extrem aufs Waldkacken. Ich habe so lange nicht mehr freigekackt im Wald. Ich habe meinen Schlafsack dabei. Geflüren, Pflicht, Gebühren. Die Kasse des Vertrauens. Scheiße. Für denjenigen, den der Parkplatz gehört. Ist ein Selbstexperiment. Heute gucke ich, ob, wenn man Silvester nicht feiert, trotzdem im neuen Jahr ist. Da ist der Werk. Ist nicht so weit weg. Wanderung geht jetzt los. Kasse. Parkgebühr. 3 Euro. Kasse des Vertrauens. Wie auch immer der Parkplatz gehört. Anscheinend nicht mit so asozialen Wichsern wie mir gerechnet. Aber kein Scheiß. Wir sind jetzt bei Gammring. Und jetzt ist bei Gammring, Gammringhöhle. Wirklich, Höhlen sind irgendwie geil, weil Höhlen gibt mir so... Weißt du, ich bin so ein Jäger. Ich bin ein Uhrzeitmann. Ich jage. Die Frau ist mein Sammler. Mein Fickfleisch. Digga, schaut hier. Diese Höhle. Wenn ich einfach in dieser Höhle für den Rest meines Lebens lebe. Alter. Kranke Höhle, Digga. Von da hinten. Äh. Huka. Huka, Huka. Ich bin ein Jander, Toller. Raus aus meiner Höhle! Höhle. 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 Digga, ich finde es irgendwo in Reh suchen und reinbeißen. Einfach in den Kopf, Digga. Und so ein Spermier bauen. Und irgendwas zerschlagen und zersägen. Okay, jetzt waren wir in der Höhle. Jetzt geht es weiter. Alter, mein Kopf juckt, Digga. So viel Sand in meinen Haaren. Gammring Aussicht. Weiter geht's. Fuck, Digga. Ich habe so viel Sand in den Haaren, das juckt der Geist. Vielleicht werde ich einfach Neandertaler. Geh wirklich in meine Höhle. Hol mir nur so ein Fell für meinen Penis, dass der verdeckt ist. Digga, dann jage ich einfach. Digga, das ist wirklich so ein friedliches Leben, ne? Der einzige Nachteil ist, wenn ihr als Neandertaler lebt in so einer Höhle, es gibt halt kein Fortnite. Ja. Okay, ich konnte niemand als Neandertaler leben, merk ich gerade. Jetzt kommen wir zur ersten Zweigung. Müssen wir da langen. Aussicht, Skaring. Da geht's weiter. Da wird locker schon 10 Treppen gelaufen und ich kann nicht mehr, Digga. Ich werde nie wieder Uhrzeitmann spielen. Alter, juckt meinen Kopf, das ist unfassbar. Aber es sieht nicht mehr weit aus. Alter. Wie schön sieht das hier bitte aus, ne? Boah. Junge. Das ist krank, Alter. Wisst ihr, das ist so Fernsehen und TikTok für Schneandertaler wie mich? Weiter geht's. Das ist geistskrank. Ich ziehe dich immer diesen Abgrund an. Alter, der ist ja geistskrank. Wisst ihr, was ich immer übertrieben verlockend finde an solchen Abgründen? Wenn ich da runter spiele, muss ich einfach nie wieder Noah sehen. Ich bin jetzt noch ein bisschen rumgelaufen hier. Ich suche einen Schlafplatz. Weil das oben ganz offene Berg, wo ich gerade war, war übel windig und so. Ich habe irgendwie gemerkt, obwohl es mich irgendwie unten in dieser Höhle gefühlt. Der hat mich irgendwie so erfüllt, die Höhle, wisst ihr? Weil das ist alles, was man braucht als Mann, eine Höhle. Alter, wie ihr seht, es wird schon dunkel. Es wird einfach schon 16 Uhr dunkel und dann ist um 8 wieder hell. Das sind voll viele Stunden. Mindestens 8. Dann ist fast runter gegangen. Schaut euch an, wie schön das hier jetzt aussieht. Ich habe immer ein bisschen rumgeguckt. Boah, hier oben ist halt ehrlich viel Wind. Und was übel krank ist hier oben, wenn eine Rakete hier immer so schießt. Boah, das knallt so geil. Das kann man halt so sehr. Digga, ich bin schon so warm mit dieser Höhle. Wir hätten wirklich diese Höhle und ich irgendwie... Keine Ahnung, das ist voll das Match einfach. Ich fühle mich da richtig wohl. Jeder Mann braucht einfach seine Höhle. Und das ist halt einfach meine. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie ich meine Höhle nennen werde. Und ich denke... Wäre der beste Name für eine Höhle. I need the Max to win. Fuck, Digga. Ich wollte das nicht mehr sagen, ne? Das ist übel krank. Das hat sich immer im Kopf. Das ist... Deswegen musste ich auch hier raus. Deswegen konnte ich kein Silvester-Fan. Ich musste hier raus in die Wildnis alleine. Weil ich krank bin. Ich bin krank im Kopf. Ich bin krank... Ich bin einfach krank. I need the... I need the Max to win! I need the Max... I need the Max to win! I need the Max to win! I need the Max to win! Okay, ich muss sauber werden. Ich muss sauber werden. Deswegen habe ich dieses Projekt gestartet. Sauber von meinen... Von meinen... Falschen Gedanken und kranken... Kranken... Eigentlich gibt es keine falschen Gedanken. Alles, was ich denke, denke ich. Aber ich denke. Jetzt zeige ich euch nochmal die Höhle. Hier ist der Eingang. Seht ihr? Hier ist der Eingang. Und hier ist dieser Stein. Und hier ist so in der Kuhle. Habe ich mein Nachtlager jetzt aufgebaut. Zeige ich euch noch von nahen. Schaut her. Hier ist meine Plane. Meine Luftmatratze. Mein Schlafsack. Und ich habe meine Kopfhörer dabei. Gut. Die setze ich mir dann auf. Noise Cancelling. Hören wir ein bisschen Musik an, damit ich auch 0 Uhr nicht aufwache. Wisst ihr? Draußen schalte ich übel. Hier drin geht es echt gut. Also hier hat man echt wenig. Also ich sollte echt nicht aufwachen. Dann schlafe ich im besten Fall durch. Wenn ich jetzt 22 Uhr einschlafe. Um 8 Uhr geht erst die Sonne auf. 10 Uhr schlafen. Das geht eigentlich, oder? Kann man das machen? Aber ich zeige euch noch kurz zu essen, was meine Mama zu essen gemacht hat. Erstmal habe ich hier ein bisschen Reis gegessen. Mit Tomaten. Also irgendwas, das jetzt rot geworden ist. Und vegan Gyros hat mir meine Mama gemacht. Dann noch einmal. Ich übel viele Brownies. Und dann noch einen heißen Tee. Ich ziehe mich jetzt aus. Auf süß. Und dann gehe ich schlafen, Mann. Alter, wie heftig. Alter, ich liege jetzt am Schlafsack. Alter, der ist so geil warm, der Schlafsack. Ich hab den zu Weihnachten bekommen. Snacken jetzt noch meinen letzten Brownies. Dann gehe ich pennen. Am Anfang schon 30 oder so. Ganz wichtig. Zum Einschlafen immer 808s und Heartbreaks anhören. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen morgen. Ich hoffe, ich kann einschlafen und so. Ich bin eigentlich schon echt müde. Ey, und dann würde ich sagen. Ey, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Wer weiß in welchem Jahr. Gute Nacht. Alter, um 8 Uhr 10. Ich bin gerade aufgewacht. Jetzt sieht mein Gesicht eigentlich ein bisschen dick aus. Alter. Boah, die gesteht auf. Ich guck raus, Digga, wie es jetzt ist. Wisst ihr, die Welt so. Alter, guck, hier hab ich gepennt. Alter, diese Höhle war so schön einfach. Digga, in der Höhle ist noch so schön dunkel gewesen. Guck, da drin hab ich gepennt. Dort hinter diesem Stein. Hier draußen. Alter, ist schon so brutal hell. Ey, ich geh jetzt erstmal hoch. Wo ich gestern war, oben auf dem Berg. Guck, ob da ein Sonnenaufgang ist. Alter, ich bin jetzt gleich oben. Schaut hier. Da ging gestern die Sonne unter. Das heißt, auf der anderen Seite muss ja heute die Sonne aufgehen. Alter, während gestern alle die ganze Nacht so gefeiert haben, die glaub ich einfach geschlafen. Die ganze Zeit. Ich bin jetzt ganz oben auf dem Berg. Wie gemäß hier gar kein Sonnenaufgang, hab ich gemerkt. Das war was richtig geiles geplant für heute Morgen. Oh, das werdet ihr jetzt sehen. Also mein Ziel ist es, der erste zu sein, der dieses Jahr nackt auf einem Baum Affe spielt. Das ist das, der erste Teil noch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, 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 oh. Ein wahrer, ein anderer, der kennt keinen Schmerz. Oh, Digge. Der Wind hat falsch geweht. Alles auf die Füße. Morgen. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen laut war. Ich hatte gerade meine Morgenmeditation oben. Ach so, okay. Schön, 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 schönes erstes Jahr ihn. Ja? Ich laufe jetzt wieder zum Auto. Endlich im Auto. Und ich muss euch, bevor ich jetzt losfahre, noch was mit auf den Weg geben, weil 2024 geht jetzt los. Ich glaube, das ist ganz Wichtiges, was ihr euch zu sagen habt. Das wird mir extrem gut tun und das wird halt euer Leben extrem bereichern. Und vor allem wird das Leben eurer ganzen Mitmenschen bereichern. Und ihr werdet einfach sehen, euer Leben wird so viel besser werden. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr... Das nö�liche Musik ist jetzt noch neu. Das geht uns gar nichts. Dannzeit.